Ja, hey Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Das ist diesmal ein bisschen anders, denn es handelt sich jetzt um einen Auszug aus meinem TYPO311-Videotraining. Die Frage kam auf, wie kann man das mit Responsive Images denn eigentlich bei TYPO3 machen? Das hatte bei dem Video, wo ich zeige, wie man aus den Seiteneigenschaften Bilder im Frontend ausgeben kann, jemand in den Kommentaren gefragt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich ja schon mal aufgenommen, ein Video dazu. Klar, natürlich für den Videokurs, aber einen Ausschnitt von dem Videokurs kann ich hier ja problemlos zeigen. Da geht es nämlich genau um das Thema, wie kann ich das Rendering von Fluid-Style-Content so umbiegen, dass ich wirklich Responsive Images habe, die also auf die Viewport-Breite, auf die Bildschirmbreite letztendlich reagieren. Das Video setzt zwar ein paar Sachen als bekannt voraus, sage ich jetzt mal, aber wer sich schon ein bisschen mit TYPO3 auskennt, der wird sich da, denke ich, zurechtfinden. Das Ganze spielt natürlich in der TYPO3-Installation, die ich im Verlauf des Videokurses aufbaue. Aber ich denke mal, ja, die Grundprinzipien sollten eigentlich klar sein. Und ansonsten, ja, du weißt, wen du fragen kannst, wenn du damit nicht klarkommst. Okay, lange Rede, kürzer Sinn. Jetzt geht es weiter zu dem Video und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die nächste Optimierung besteht also darin, dass Rendering, also die Ausgabe der Bilder, ein bisschen besser zu optimieren für, ja, Responsive Design, für Responsive Layout. Momentan ist es ja so, dass das Bild jetzt in diesem Beispiel hier immer mit 800 Pixel Breite ausgegeben wird, auch wenn ich es nur auf einem kleinen Monitor anschaue. Und es gibt eine Technik für Responsive Images, mit der ich darauf reagieren kann, wie groß ist der Viewport, also wie breit ist das Betrachtungsmedium und liefere mir dementsprechend angepasste Bilder aus. Ich bin jetzt kein Frontend-Entwickler und ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt zeige, der letzte heiße Scheiß ist und ob es von der Technik her am besten ist. Da müsstet ihr mal einen anderen fragen. Aber wenn ihr mal nach Responsive Images, HTML, Picture, Source googelt, da werdet ihr einiges finden. Aber die Technik, die ich jetzt zeige, die funktioniert zumindest und man kann es relativ einfach in Typo 3 eben auch umsetzen. Und wir können das später dann auch noch in der Masterclass erweitern, um verschiedene Crop Variants, je nachdem, ja, was für ein Bildschirmausschnitt ich wählen will für verschiedene Geräte. Also das Ganze ist auch noch anpassbar und erweiterbar. Okay, fangen wir jetzt mal an. Wo kommt eigentlich dieser Code her, hier mit diesem Figure und mit diesem Image und so weiter? Das kommt ja aus Fluid-Styled-Content. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo das letztendlich generiert wird, weil was wir verändern müssen, ist eigentlich dieses Image-Tag hier. Das wollen wir ersetzen beziehungsweise erweitern eigentlich um ein Picture-Element. Picture ist auch ein HTML-Element. Und da innerhalb dieses Picture-Elements kann ich verschiedene Quellen angeben, ja, und zwar abhängig von der Breite des Viewports. Das kann dann, kann ich dann sagen, wenn der Bildschirm oder wenn der Viewport zum Beispiel maximal oder bis zu 480 Pixel Breite groß ist, dann zeige er ein kleineres Bild an. Wenn er größer ist als 480, aber kleiner als, was weiß ich, 768 zum Beispiel, dann zeige er ein anderes, ein bisschen größeres Bild an und so weiter und so weiter. Also je nach Größe wird einfach ein anderes Bild an den Besucher ausgeliefert. Und das ist eine Technik, die alle Browser, alle modernen Browser beherrschen. Da muss ich nichts dazu programmieren, sondern ich muss nur den richtigen HTML-Code liefern und dann funktioniert die Sache auch schon. Okay, schauen wir uns also an, wo kommt dieses Image eigentlich her. Gehen wir dazu mal in den Editor. Und jetzt müssen wir uns wieder Fluid-Styled-Content einmal anschauen. Ich gehe also nach Public, Typo3, Sys-Ext, Fluid-Styled-Content, Resources-Private, Partials, Media, hier finden wir auch schon ein paar Partials und dann Rendering-Image. Hier wird das Image-Tag generiert. Wir sehen hier einen neuen View-Helper, den kennen wir noch nicht, den F-Media-View-Helper, der rendert Medien. Und Medien können Bilder sein, das können aber auch Audio- oder Videodateien sein. Du findest hier auch weitere Partials für Audio und Video. Wenn wir da kurz reingucken, auch hier ist der Media-View-Helper im Einsatz, aber in dem Fall hier mit anderen CSS-Klassen zum Beispiel. Aber das ist die Datei, die wir jetzt bearbeiten müssen. Natürlich nicht das Original, sondern eine Kopie. Und wir haben ja schon dieses Partial für Header All uns kopiert. Und dementsprechend müssen wir jetzt uns das Partial für Media-Rendering-Image kopieren. Wir brauchen also diese Verzeichnisstruktur in unserem Partial-Verzeichnis, in unserem Site-Package. Media-Rendering und da drin liegt eine Datei-Image. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. Das müsstest du jetzt noch anlegen. Und zwar hier in unserem Site-Package unter Resources-Private-Extensions, Fluid-Styled-Content, Partials. Header haben wir schon angelegt. Ich habe jetzt neu angelegt. Media-Rendering und da drin liegt eine Datei, die heißt jetzt momentan noch Unterstrich-Image. Ich habe das schon vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Die werde ich jetzt direkt mal umbenennen. Du findest das natürlich dann auch wieder im Download. Und jetzt öffnen wir die Datei mal und schauen uns an, was ich hier gemacht habe. Hier sehen wir den View-Helper, den wir gerade eben schon im Original gesehen haben. Den habe ich im Prinzip unverändert hier übernommen erst mal. Aber ich habe das Ganze jetzt in dieses Picture-Element eingebettet. Und das ist das Interessante hier. Über diese Source-Elemente kann ich jetzt verschiedene Bilder generieren lassen, abhängig von einer sogenannten Media-Query. Und hier kann ich die Breite des Viewports abfragen, die Mindestbreite. Und das ist jetzt wichtig. Die Reihenfolge, wenn ich hier mit Min-Width arbeite, muss von oben nach unten sein. Also der höchste Wert muss oben stehen. Dann kommt der nächste kleinere, der kleinere, der kleinere. Das hier ist quasi der kleinste Wert. Das Ganze nennt sich Mobile-First. Man fängt also mit dem kleinsten an und über diese Min-Width-Angabe, also Mindestbreite, arbeitet man sich quasi nach oben vor. Ja, muss man wissen, dass die Reihenfolge so sein muss? Ich habe das am Anfang, als ich das erste Mal mit dieser Technik gearbeitet habe, natürlich prompt falsch gemacht. Ich habe oben das kleinste hingeschrieben, dann nach unten die größeren Zahlen. Also gerade die falsche Reihenfolge. Und habe mich dann gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Da sind auch schon andere drauf reingefallen. Also das ist tatsächlich eine Reihenfolge, die so sein muss. Große Zahl oben, kleinste Zahl unten. Gut, was passiert jetzt hier? Ich frage jetzt hier zum Beispiel ab. Fangen wir mal hier an. Wenn die Mindestbreite des Viewports, des Bildschirms 600 Pixel ist, dann generiere mir ein Bild. Und das ist jetzt ein neuer Viewhelper, f.uri.image, der erzeugt quasi die URL, den Pfad zu einer Bilddatei. Ich habe also nicht hier dann ein Image-Tag drinstehen, sondern ich habe hier in diesem Source-Set-Attribut einfach den Pfad zu dem Image. Das kann dann eben File-Admin, Unterstrich-Processed, bla 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 sein. Und übergebe hier diese Variable File. Das ist tatsächlich also eine Variable, die von Fluid-Styled-Content hier genutzt wird. Die sehen wir auch hier unten. Da steht die Datei quasi drin, das Datei-Objekt oder das Bild-Objekt. Und über den Width-Parameter sage ich dann, generiere mir bitte das Bild mit einer Breite von 600 Pixeln. Okay, dann geht es weiter. Angenommen, jetzt kommt einer mit einem größeren Bildschirm. Wenn die Mindestbreite 768 Pixel beträgt, die Breite des Viewports, dann generiere mir bitte ein Bild mit einer Breite von 768 Pixeln. Und so weiter und so weiter. Und für die ganz großen Bildschirme, die also mindestens 1600 Pixel breit sind, dann wird auch ein entsprechend größeres Bild generiert. Das kann man natürlich bis ins Unendliche treiben und hier viele Zwischenstufen noch einbauen. Und ich behaupte jetzt auch nicht, dass die Werte hier perfekt sind für jeden Anwendungsfall. Aber das sind Werte, die, ich sage mal, für die meisten Fälle wahrscheinlich ganz okay sind. Aber man kann das sicher noch optimieren. Kleiner Nachteil, den man im Hinterkopf behalten sollte, diese Bilder müssen natürlich alle generiert werden. Und das kostet ein bisschen Zeit. Und je nach Server kann das durchaus viel Zeit sein. Vor allem, wenn es viele Bilder sind. Wenn ihr jetzt eine Bildergalerie mit 20 oder 40 Bildern hier auf diese Art und Weise darstellt, dann muss man das einfach mal multiplizieren. Hier werden quasi 5 Bilder eventuell generiert. Ja, je nach Bildgröße vielleicht auch das 4. Aber gehen wir mal rück von 5 aus. Und 20 mal 5, ja, dann sind das halt 100 Bilder, die da generiert werden müssen. Das kann beim ersten Aufruf eine Weile dauern. Ja, das ist einfach so. Da muss der Server ganz schön rechnen. Der zweite Aufruf der Seite, der wird dann natürlich wesentlich schneller gehen, weil dann gibt es die Bilder ja schon. Und dann wird auch mit dem Tuber3-Cache gearbeitet. Aber der erste Aufruf kann dann unter Umständen schon mal ein Weilchen dauern, weil hier viel Rechenarbeit gemacht werden muss. Aber das funktioniert. Man muss halt wissen, dass das ein Performance-Faktor sein kann. Zumindest beim ersten Aufruf einer Seite. Gut, ich habe das jetzt gespeichert. Dadurch, dass wir ja in Fluid-Style-Content schon gesagt haben, wonach Partials zusätzlich gesucht werden muss, das hatten wir ja hier beim Header schon gemacht, muss ich das jetzt nicht nochmal machen, sondern er greift jetzt direkt auf mein Image Partial zu, da das jetzt hier im richtigen Pfad auch liegt. Und jetzt gehen wir mal in den Browser. Ich leere mal den Frontend Cache, das sollte ausreichen, und lade mal hier direkt die Seite, so wie sie jetzt ist, neu. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert ist. Und jetzt sehen wir schon, aha, das hat funktioniert. Und was jetzt ganz cool ist, hier im Chrome-Browser, ich weiß nicht, ob das bei anderen Browsern auch so ist, wenn ich jetzt hier bei diesem Image Tag, das ist nämlich das, was zählt letztendlich, das hier liefert nur Quellen, ja, Source, für das Image Tag, wenn ich hier drüber gehe, dann sehe ich jetzt, welches Bild verwendet wird. Und ich sehe, okay, hier wird jetzt tatsächlich ein Bild verwendet, diese Intrinsic Size mit 480 Pixeln Breite. Es wird zwar noch kleiner dargestellt, das heißt, ich könnte vielleicht sogar noch kleinere Bilder generieren an dieser Stelle für ganz kleine Smartphones. Aber ich sehe eben, das kommt aus File Admin Process, dann ist nur 480 Pixel breit. Auch wenn hier die Werte noch mit 800 stehen, aber das ist nicht relevant. Ja, was hier bei Width und Height steht, ist tatsächlich nicht relevant, da wir in einem Responsive Design arbeiten. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen höher. Ich hatte ja gesagt, ab einer Mindestbreite von 600 Pixeln soll ein anderes Bild ausgegeben werden. Dann vergrößern wir das mal. Hier oben sehe ich ja, wie breit ist der Viewport gerade. Jetzt kann ich mal langsam hochgehen. Gehen wir mal bei 400. Da ist immer noch mein Bild mit 480 Pixeln Breite. 512 immer noch. So soll es ja sein. So erwarte ich das. Und jetzt kommen wir langsam an die 600. Jetzt gehen wir mal über die 600. Wir sehen, jetzt switcht es hier sogar schon um. Das ist noch ein Faktor, den man vielleicht sogar noch weiter optimieren könnte, weil jetzt brauche ich eigentlich gar kein Bild in 600 Breite. Aber jetzt sehe ich Intrinsic Size ist 600. Jetzt wird das nächste Bild hier verwendet. Ich schalte mal ganz kurz um, damit wir das ein bisschen besser hier beurteilen können. Kleinen Moment. Weil das ist auch so ein Faktor, wenn Bilder im Text ausgegeben werden, dann müsste ich eigentlich nochmal extra darauf reagieren, um das zu optimieren. Das habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt hier. Aber jetzt schalte ich das mal um, dass das Bild oberhalb des Textes dargestellt wird. Dann sehen wir das ein bisschen besser. So. Genau, ich untersuche nochmal das Bild hier. Und jetzt sehen wir, okay, 600 Pixel ist es tatsächlich. Es wird momentan gerendert, also ausgegeben mit 555 Pixel. Das ist einfach durch diese Verkleinerung durch den Browser. Aber die Datei selber ist 600 Pixel breit. Und du erinnerst dich vielleicht, im Original waren das vorhin 150 Kilobyte für die große Datei. Jetzt sind es nur noch 85. Also man spart da tatsächlich auch Dateigröße ein. Das kann man übrigens sogar in Turbo 3 einstellen, wie groß die JPEG-Komprimierung sein soll. Gehen wir weiter. Die nächste Größe werden ja 768. Also gehe ich mal langsam ran, bis ich über die 768 komme. Das wäre jetzt der Fall. Und jetzt wird das Bild mit 768 Pixel ausgegeben. Und so weiter. Ab 1280 ist dann nochmal ein Breakpoint. Kann man sich überlegen, ob man vorher vielleicht noch einen einfügt, weil das ist schon ein relativ großer Sprung hier, muss man sagen. Bei 1280 ändert sich es dann nochmal. Jetzt haben wir 1280. Ja, die 1600, an die komme ich jetzt hier nicht ran, oder? Doch, schaffe ich sogar. 1600 wird jetzt ausgegeben. Also das ist noch nicht perfekt hier. Das hast du jetzt auch gesehen. Ja, aber es ist ein erster Schritt in die Richtung, um ja zum einen die Bildqualität ein bisschen zu erhöhen. Ja, also da müssen die Bilder nicht durch den Browser künstlich runterskaliert werden, sondern es wird einfach ein kleineres Bild ausgeliefert. Die Ladezeit würde sich natürlich dadurch verbessern. Ja, außer jetzt bei dem ganz großen Bild. Das ist jetzt hier wirklich sehr groß. Da könnte man vielleicht tatsächlich an der JPEG-Komprimierung im Turbo 3 noch ein bisschen schrauben, dass die Bilder vielleicht noch kleiner werden. Aber halt für Smartphones ist es schon wichtig, dass ich hier möglichst kleine Bilder ausliefer, weil so richtig hoch aufgelöste bringen ja da nichts. Es sei denn, man hat wieder Retina-Displays, dann kann man hier tatsächlich sogar noch zusätzlich Retina-Images generieren lassen. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel oder ein anderes Thema. Man kann das Ganze noch wesentlich erweitern, aber eine Grundlage haben wir hier schon mal geschaffen, die jetzt zumindest funktioniert. Ja, soviel zu dem Thema. Das war jetzt eben ein Ausschnitt aus dem Turbo 3 11 Video Training. Ich hoffe, das bringt dir jetzt was, kann dir trotzdem weiterhelfen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und wenn du natürlich mehr wissen willst, das muss jetzt einfach kommen, der Spruch, wenn du mehr dieser Videos sehen willst und tiefer in die Materie einsteigen willst und du wesentlich mehr machen willst und du neu in dem Thema Turbo 3 bist, dann check mal den Link in der Videobeschreibung ab, da findest du den Link zum Turbo 3 Video Training und der Turbo 3 Masterclass, wo wir ja im Prinzip alles abdecken, was du für den Einstieg in Turbo 3 brauchst. In dem Sinn, ich hoffe, wir sehen uns dann da, falls du nicht eh schon da drin bist, dann viele Grüße und an alle anderen, ja, schau es dir einfach mal an. Mach's gut, bis dann. sich in derぞert, wie, bei den Joben, oder sowas gibt,